Die Regionalentwicklung stellt dem Nationalpark Hohe Dauer einen sehr wichtigen Teil und damit auch ein besonderes Geschäftsfeld dar. Einzigartig ist dabei, dass Menschen wirklich in den Nationalpark integriert werden und sich an Tätigkeiten und auch Förderprojekten und Programmen beteiligen können. Musik Musik Gezielt werden Projekte gefördert, die besonders den Menschen helfen, die Lebensqualität in ländlichen Regionen zu verbessern und nachhaltig auch zu entwickeln. Musik 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 « Musik Musik Motten Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.